Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und wir müssen nochmal über Lightroom Classic Version 11 reden, beziehungsweise das normale Lightroom, beziehungsweise Camera Raw. Ist ja im Endeffekt alles genau dasselbe. Denn ich habe ja letzte Woche ein Video zu den Updates gemacht, zu der neuen Version, wo es vor allem darum ging, wie man jetzt noch besser maskieren kann, wie man noch besser Auswahlen treffen kann und so weiter und so fort. Und da sind einige Kommentare auch mit dabei gewesen. Ja, ich habe ja Bilder verwendet, die natürlich besonders einfach waren, vor allem wenn es dann um die Motivauswahl und um die Himmelsauswahl und so weiter ging. Das stimmt auch tatsächlich. Deswegen wollte ich jetzt heute nochmal ein Video machen, wo man vielleicht ein bisschen Bilder nimmt, die nicht mehr ganz so einfach sind. Und einfach mal schauen, wie da die Auswahl funktioniert, diese automatische Auswahl, wie sehr man Lightroom da entsprechend noch ausreizen kann. Das möchte ich heute mal machen. Und natürlich sind auch Kommentare gekommen, wie, ja, das konnte Capture One ja schon wesentlich eher, das konnte ja Lumina schon wesentlich eher und so weiter. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, Leute, ganz ehrlich, das spielt doch gar keine Rolle, ob das auch Photoshop schon früher konnte oder nicht. Wichtig ist doch, dass es jetzt Lightroom kann. Weil manche Leute wollen halt mit Lightroom arbeiten und die freuen sich über die Funktion. Andere arbeiten mit Capture One. Die freuen sich über die Funktion, dass es schon seit zwei Jahren dran ist. Andersherum sage ich ganz ehrlich, Capture One bringt gerade eine neue Version raus. Und sie bringen gerade die Funktion raus, dass man Panoram stitchen kann und dass man HDR merchen kann. Merkt ihr was? Das geht in Lightroom schon seit drei oder vier Jahren. Vielleicht sogar schon länger. Keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Aber deswegen, einfach nur als Beispiel, ihr müsst doch nicht in die Kommentare schreiben, dass das und das schon in anderen Programmen länger funktioniert. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass ein Programm jetzt diese Funktion halt hat. Ja, und Capture One hatte andere Funktionen vorher, Lightroom hat die Funktion vorher. Im Endeffekt können ja fast alle Programme dasselbe. Und es geht ja einfach um die Arbeitsoberfläche, mit der man sich halt wohlfühlen muss. Ja, das ist einfach nochmal so eine kleine Randnotiz von mir, die mir wichtig war nochmal zu betonen, weil ich mir natürlich auch viele Kommentare von euch durchgelesen habe, die teilweise kritisch waren, die auch teilweise völlig in Ordnung sind. Aber das ist einfach meine Antwort nochmal darauf. Wollte ich jetzt nicht jedem einzelnen Schriftlichter antworten. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal hier an und nehmen jetzt einfach mal Fotos, die tatsächlich ein bisschen schwieriger sind. Wie zum Beispiel dieses Foto hier, wo man so einen wolkenverhangenen Himmel hat, wo im Hintergrund Berge zu sehen sind, die aber auch teilweise in den Wolken drin hängen und so weiter. Und da bin ich sehr gespannt, ob da der Himmel auch noch so einfach ausgewählt werden kann, wie in meinem Beispiel vom ersten Video. Ich würde sagen, los geht's. So, ich bin wieder drin in Lightroom und wir schauen uns, wie gesagt, jetzt diese Funktion zur Maskierung nochmal etwas genauer an, um einfach mal festzustellen, wie gut dieses Update eigentlich ist. Ich habe mir jetzt hier mal ein Bild rausgesucht, habe ich ja gerade eben schon gesagt, mit einem Himmel, wo ja hier auch tiefhängende Wolken sind, wo der Übergang zu den Bergen auch ja nicht mehr ganz so einfach zu sehen ist. Und ich würde mal vermuten, dass gerade hier dieser Übergang nicht ganz einfach wird. Wir haben auch relativ gleiche Farbgebung und so weiter. Schauen wir doch einfach mal, was passiert, wenn wir jetzt hier einmal auf Himmel auswählen klicken. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und ja, wir sehen es auch schon. Hier auf der linken Seite, da geht es noch einigermaßen, wobei hier einige Wolken auch nicht mitgenommen wurden. Und hier auf der rechten Seite wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Also hier wurde das Ganze dann tatsächlich bis hier runter zum Wasser genommen. Also eigentlich müsste die Kante hier oben sein. Also da hat es dann nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Was könnte man jetzt allerdings dagegen tun, um die Maske zu verfeinern? Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte hier gewisse Sachen rausnehmen. Also mit einer Luminanzmaske könnte ich hier nicht unbedingt arbeiten, aber hier ist es zum Beispiel wieder ein bisschen heller als die Wolken. Also das würde nicht so ganz funktionieren. Ich kann aber natürlich hier subtrahieren sagen und dann zum Beispiel mit einem Pinsel arbeiten und diesen Pinsel vielleicht sogar auf automatisch maskieren stellen. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Wenn wir jetzt hier drüber malen, automatisch maskieren an ist, ob er die Kanten einigermaßen erkennt, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, das ist jetzt hier nun mal so ein Beispiel, wie es gehen kann. Man hat ja zum Glück sehr viele Möglichkeiten, wie man mit diesen Masken arbeiten kann. Deswegen ist es jetzt schwer zu sagen. Man macht immer genau eine Sache so, wie man es braucht. Ich werde jetzt hier mal mit gerückter Alt-Taste den Pinsel umkehren. Das heißt, hier wieder was dazu malen, weil ich jetzt hier ein bisschen übergemalt habe. So. Das nehmen wir noch so ein bisschen raus. Ich mache die Pinselspitze mal ein bisschen kleiner. Nehmen wir das hier noch raus. Zack. Ja, so ungefähr. Also klar, es ist jetzt nicht hundertprozentig perfekt. Und da sieht man auch natürlich, dass das nicht immer zu 100 Prozent funktioniert. Ja, also klar, ich war sehr überschwänglich in dem ersten Video, weil es natürlich in der Konstellation auch mit dem Bild sehr gut funktioniert hat. Aber grundsätzlich muss ich trotzdem sagen, dafür, dass das ja automatisch quasi erkannt wird, finde ich das immer noch sehr, sehr gut. Und ich kann jetzt natürlich trotzdem immer hier noch den Himmel ein bisschen dunkler machen. Jetzt sieht man hier natürlich sehr stark den Übergang. Also so ganz hundertprozentig funktioniert das hier nicht mehr. Deswegen könnte man jetzt zum Beispiel noch mit einem Verlaufsfilter zusätzlich arbeiten und solche Geschichten. Aber es ist halt hier in dem Beispiel nicht hundertprozentig perfekt. Also da habt ihr vollkommen recht. Ja, es funktioniert nicht immer. Aber in solchen Bildern, wo es relativ einfach ist, wie zum Beispiel hier, da denke ich mal, kann man diese Funktion halt sehr gut anwenden. Ihr seht jetzt hier, habe ich schon mal eine Maske erstellt. Auch eine etwas komplexere Maske. Wenn ich hier mal draufklicke, habe ich hier einmal den Himmel ausgewählt und dann hier den Luminanzbereich noch ausgewählt. Also da ging es dann darum, dass wir hier die Wolken quasi davon rausgenommen haben und wirklich nur den blauen Bereich jetzt hier vom Himmel eingestellt haben. Wenn ich das jetzt hier dunkler mache, dann sieht man das auch schon sehr gut. Bei einfachen Bildern, wie gesagt, funktioniert das gut. Bei schweren Bildern eher weniger. Gucken wir uns das Ganze mal in der Motivauswahl noch an. Ich habe ja, ich glaube, damals mit dem Bild oder mit einem ähnlichen Bild zumindest gearbeitet aus der Serie. Da hat es sehr gut funktioniert. Aber auch da habt ihr dann teilweise in die Kommentare geschrieben, ja, ist ja relativ einfach, weil es ist ja offenblendig fotografiert. Und da erkennt Lightroom natürlich die Kanten automatisch sehr, sehr gut. Und wir haben auch noch Farbunterschiede hier drin in den Kanten. Also das ist auch relativ einfach. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein Bild rausgesucht. Ist zwar auch offenblendig fotografiert, aber ihr seht schon hier, die Kanten sind nicht mehr ganz so sauber abgetrennt davon. Ich habe hier mit 6400 ISO fotografiert. Und vor allem sind die Farbwerte hier relativ identisch. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass wir hier vorne so ein paar Bildstörer mit drin haben im Vordergrund, was das Ganze auch nochmal ein bisschen komplizierter macht. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt darauf, wenn ich jetzt hier mal auf Motiv auswählen klicke, was dann passiert. Also da könnte es sein, schauen wir mal. Ja, und da muss ich sagen, da funktioniert das Ganze wieder richtig gut. Also trotzdem wir hier Bildstörer drin haben und so weiter, trotzdem kann ich jetzt in dem Fall ihn hier zum Beispiel sehr, sehr einfach, sehr schnell aufhellen. Macht jetzt hier in dem Fall nicht wirklich Sinn. Ein bisschen Kontrast können wir noch mit reingeben. Aber wir können die Maske auch genauso gut einmal duplizieren. Und dann einmal gehe ich hier rein und sage, ich möchte das Ganze umkehren bitte. Und dann auch den Hintergrund einfach mal dunkler machen, um ihn noch so ein bisschen herausstechen zu lassen. Und jetzt haben wir relativ schnell und einfach aus dem Bild das Bild hier gemacht, womit er natürlich ein bisschen mehr noch heraussticht. Und das, wie gesagt, funktioniert dann wirklich mit einem Klick. Ich habe hier mal noch ein anderes Beispiel für die Motivauswahl. Babybauchshooting. Und da möchte ich jetzt mal gucken, also ich bin mal gespannt, ob die Motivauswahl hier eher den Mann im Vordergrund erkennt, der ja eigentlich relativ scharf ist, oder die Frau, die schwangere Frau im Hintergrund, die aber komplett unscharf ist. Ja, da gehe ich jetzt einfach mal auf Motivauswählen wieder. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Also das Motiv wird erkannt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Ja, Leitung brauche ich hier einen kurzen Moment. Mein Rechner ist hier gerade am Anschlag. Wir haben hier gerade eben noch andere Videos exportiert und so weiter. So nicht mehr der neueste. So, jetzt haben wir es drin. Und wir schauen uns die Überlagerung mal an. Sehr interessant, dass jetzt hier gerade im Vordergrund nicht das komplette Objekt oder das komplette Motiv erkannt wird. Ja, also hier unten die Hosen und hier oben das Hemd wird nicht erkannt. Aber witzigerweise, die Frau, die komplett in der Unschärfe ist, die wird komplett erkannt. Also wenn ich jetzt nur die Frau bearbeiten möchte, dann einfach subtrahieren hier einmal mit dem Pinsel. Schön groß hier. Und dann könnte ich nur die Frau ganz einfach und schnell bearbeiten. Ich muss hier mal dran denken, das automatische Maskieren wieder rauszunehmen, damit wir hier einfacher und simpler das alles wegbekommen. So. Und jetzt habe ich nur die schwangere Frau ausgewählt. Die ist mir jetzt ein bisschen zu hell. Die könnte ich jetzt noch ein bisschen dunkler machen hier. Perfekt. Und das wieder wirklich mit einem Mausklick quasi. Wenn man jetzt die Maske hier noch ein bisschen bereinigt, dann sind es ein paar mehr. Aber grundsätzlich muss ich wirklich sagen, gerade die Motivauswahl gefällt mir richtig gut. Die Himmelauswahl. Ja, also wenn man da schwierige Bilder nimmt, dann habt ihr schon recht, dann funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Aber gerade die Motivauswahl gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Also auch bei etwas schwierigeren Fotos. Ja, ich fotografiere Menschen eigentlich immer sehr offenblendig. Ist einfach so mein Stil. Gefällt mir sehr gut. Da funktioniert es halt wirklich gut. Man müsste jetzt nochmal gucken, was passiert, wenn man jetzt eine Person direkt an eine Wand stellt. Ich habe nur leider solche Fotos nicht, weil ich persönlich finde das halt immer sieht aus wie so ein Knastfoto. Aber gucken wir uns jetzt dieses Bild nochmal an. Hier haben wir auch viele Wolken drin. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn wir jetzt hier nochmal sagen Himmel auswählen, da bin ich auch nochmal sehr gespannt drauf. Das Ganze ist ja von den Farben her, sticht es schon so ein bisschen raus. Ja, und wir haben hier schon relativ klare Kanten drin, aber die Wolken verdecken auch so ein paar klare Kanten. Aber hier muss ich zum Beispiel sagen, funktioniert es eigentlich wieder relativ gut. Ja, wir haben hier so ein bisschen leicht überdeckt, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wenn man das jetzt abdunkeln würde, das würde reinpassen. Das würde in dem Fall gut reinpassen. Ja, also hier funktioniert es wieder ganz gut. Man sieht also, die Himmelauswahl funktioniert dann nicht gut, wenn man keine farblichen Unterschiede hat zwischen Bergen und dem Himmel. Also hier zum Beispiel, da ist halt alles irgendwie so blau. Hat alles so einen blau-lila Ton. Da funktioniert das nicht gut. Wolken sind nicht unbedingt ein Problem, wenn die in den Bergen drin hängen. Solange man so einigermaßen Kontrast noch drin hat. Solange das nicht komplett alles gleich ist. Dann funktioniert das eigentlich noch ziemlich gut. Und da muss ich auch sagen, hat diese Maske wieder gut funktioniert. Man könnte auch die jetzt wieder noch so ein bisschen verfeinern. Aber grundsätzlich muss ich sagen, auch hier wieder die Einklick-Auswahl hat eigentlich relativ gut funktioniert. Also grundsätzlich behaupte ich jetzt einfach mal, die Motivauswahl funktioniert besser als die Himmelauswahl. Ich bin gespannt, wie Adobe das Ganze noch verbessert. Ich denke, ich gehe jetzt mal davon aus, dass in den Updates, die jetzt dann immer mal wiederkommen, also es gibt ja mal so zwei bis drei Updates pro Jahr, dass dort diese Funktion auch immer weiter verbessert wird. Und dementsprechend dann auch immer einfacher wird, das Ganze dann entsprechend anzuwählen. Aber ich bin trotzdem jetzt ein paar Bilder mit dabei waren, wo es nicht so gut funktioniert hat, bin ich trotzdem immer noch davon überzeugt, dass diese Funktionen insgesamt den Workflow erleichtern. Auch wenn es nicht immer zu 100% funktioniert. Aber der Startpunkt, das ist ja ähnlich wie bei Presets. Der Startpunkt, den setzt man immer erstmal und dann verfeinert man das Ganze noch. Aber trotzdem spart man am Ende eine ganze Menge Zeit, würde ich sagen. Was ich dir jetzt in diesem Video auch noch zeigen möchte, ist einmal, wie man ein bisschen komplexere Masken macht. Also wir haben ja jetzt hier den Himmel einmal ausgewählt und ich würde ganz gerne die Wolken davon wieder so ein bisschen befreien. Und jetzt hat man hier mehrere Möglichkeiten, wie man vorgehen könnte. Wir sehen ja zum einen, die Wolken sind logischerweise heller als der Himmel. Wobei hier die dunklen Bereiche der Wolken vielleicht schon in die Luminanzwerte von dem Himmelsblau hier mit reinkommen. Wir haben aber auch farbliche Unterschiede. Die Wolken sind relativ gelblich und das Blau hier hebt sich schon relativ stark davon ab. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich möchte eine Schnittmaske erstellen. Und zwar von der Himmelauswahl und dem Blau des Himmels. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Maske schneiden mit dem Farbbereich. Und den Farbbereich, den wähle ich mir jetzt hier mal aus. Da wähle ich jetzt einfach mal hier so ein Feld aus. Und zack, sind die Wolken davon nicht mehr betroffen. Jetzt schaue ich mir das Ganze mal an. Und jetzt muss ich sagen, ist die Maske ja schon wesentlich besser geworden. Im Übrigen kann ich diesen Farbbereich auch jederzeit umkehren. Das heißt, ich kann einmal entweder hier auf diese drei Punkte klicken und dann sagen umkehren. Jetzt wäre es genau andersrum. Jetzt würden wir nur die Wolken abdunkeln und das Himmelsblau bleibt so. Und andersherum, wenn wir es wieder umkehren, dann sind es halt wieder das Himmelsblau und nicht die Wolken. Dieses Umkehren, das kann man übrigens auch hier machen. Also ist völlig egal, ob so rum oder so rum. Aber ja, so kann ich jetzt relativ einfach, wenn ich jetzt hier nur in dem Farbbereich drin bin, sehe ich, habe ich jetzt hier viele Farbtöne, die dieses Bläuliche drin haben. Aber wenn ich jetzt nur den Himmel ausgewählt habe und daraus dann diese Schnittmaske quasi mache, das heißt, diese Schnittmaske sind dann quasi die beiden Teilmengen, die übereinstimmen. Also ich habe hier einmal eine Teilmenge Himmel und einmal eine Teilmenge blaue Farbtöne. Und durch diese Schnittmaske sieht man jetzt quasi nur noch die blauen Töne in der Himmelsauswahl. Das ist also eine Schnittmaske. Und am Ende sieht die dann so aus. Wir können uns die auch nochmal anders anzeigen lassen. Indem ich jetzt hier zum Beispiel sage, weiß auf schwarz, dann hat man so eine Vorschau wie in Photoshop quasi. Überlagungen muss ich natürlich anzeigen hier. Und dann siehst du auch schon, alles was schwarz ist, wird halt nicht maskiert. Und alles was weiß ist, wird dann quasi hier behandelt. In dem Fall habe ich jetzt hier die Belichtung runtergedreht. Und das ist jetzt halt hier das Blau, was in dem Himmel drin ist. Da kann ich noch ein bisschen mehr Kontrast reingeben. So. Vielleicht sogar ein bisschen Klarheit. Und dann sieht das doch schon richtig cool aus. Du siehst also mit diesem neuen Update, ich bin nach wie vor absolut begeistert. Ich bin immer noch so überschwänglich wie eigentlich in dem ersten Video auch. Weil ich nach wie vor finde, dass dieses Update wirklich richtig viel gebracht hat. Und ich sage das nicht, weil ich von Adobe dafür irgendwie bezahlt werde. Wäre schön, wenn es so wäre. Weil ich seit, ich glaube seit 2014, Videos zu Lightroom hier auf diesem Kanal mache. Und ich habe von Adobe noch nicht einen einzigen Cent dafür gesehen. Von daher ist das halt auch auf keinen Fall, entspricht das auf keinen Fall der Wahrheit. Ich gebe hier meine persönliche Meinung einfach ab. Und ich arbeite halt einfach gerne mit Lightroom. Und von daher sage ich hier in dem Fall einfach, das ist wirklich ein cooles Update. Was vor allem auch mal wieder sehr viele neue Funktionen hervorgebracht hat. Also man hat ja viele Updates auch in den letzten Monaten und Jahren gehabt, wo nicht viel mit dazu gekommen ist. Wo mal ein neuer Regler mit dazu kam oder einfach nur Performance Verbesserung. Und das ist wirklich ein Update, wo mal eine richtig coole neue Funktion dazugekommen ist. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und es gibt, muss ich nochmal darauf hinweisen, aktuell die Aktion in meinem Online-Store, dass man 20% sparen kann auf meine Videokurse. Natürlich zu Lightroom. Lightroom für Anfänger, Lightroom für Fortgeschrittene. Da ist auch jetzt auch gerade ein Update rausgekommen für die neue Version. Also ich habe nicht den ganzen Videokurs neu aufgenommen, sondern wir haben jetzt nochmal 40 Minuten ein extra, ein Bonus-Video kostenlos rausgebracht. Also jeder, der auch diesen Kurs schon hat, bekommt dieses Update, dieses Bonus-Video quasi über 40 Minuten kostenlos nochmal mit dazu. Wo es darum geht, wo wir uns die neue Version angucken und wo wir wirklich ganz tief ins Detail reingehen, wie man mit diesen Arbeitsmitteln quasi ganz spezielle und komplexe Masken bauen kann. Ja, also falls du Interesse an diesen Lightroom-Kursen hast, die noch nicht besitzt, ja aktuell gibt es wie gesagt 20%, da ist jetzt auch das Update für die neue Version mit dabei. Und ansonsten, falls du die Kurse schon gekauft hast, dann schau einfach mal auf meiner Website, auf meinem Online-Store vorbei. Da steht nämlich drin, wie du an das Update kommen kannst. Ich wünsche dir jetzt also ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao. Ciao.